Hallo Leute heute mach ich ihn kennen Klee über die PPP Kombos heute mit dabei muss die XX guck euch auch die PPP an wir machen es einen kurzen Schildweg ja das bedeutet so er hat sich in die Verwürden müsste PPP müsste sehr schnell sein der Kieger bestimmt schon schnell ist in PPP Spiel nur höher so zu sagen um Paolo wie die erst auf als Wort drauf kommen sind ja ich bin er auch zum not so zu sagen ich bin erst 53 und ich finde ich bin geht die müsste sehr um effektiv sein und schnell schnell ist immer sehr wichtig abwehr genauso schadensresistenz heißt das hier ja und ich hier schnell sein sollte die auf Angriffsgeschwindigkeit Geschwindigkeit soppeln und schon um weglaufen bei jahre wenn der Gegner schon viel Schaden macht es ist ich so zu sagen beim Schummel der 60er bei denen ist es immer so wenn die hier irgendwann kriegen und Prozent gleich ein maßnehmen und das wollen wir ja nicht deswegen nicht die sehr viel Rannen also weglaufen und wenn ihr nicht weglaufen sofort drauf geht sofort durchforschen das ist genau ein fataler Fehler weil der Gegner um Prozent Prozent jetzt dass die so gepatcht haben dass der Gegner abhauen kann also ausweichen und mehr Gegner ausweichen kann kann er euren Prozent und die alles möglich gibt und zwar noch bei level 60 oder irgendwas und 50 in die jetzt schon früher ausweichen weil ja weiß auch nicht warum die so gemacht haben weil früher fand ich besser aber er hat das haben die eben so gemacht so ist und ich muss gern um der ersten wie man da oben sieht in D und ich bin in C und also er hat nicht so viel Ahnung er hat so man tun er suchtet lieber mehr Dungeons um wenn ihr hier auf unsere Gilde kommen wollt Prozent erdigt mich in der 90 die Suchen aktive wenn man ja alles mögliche Henny wir machen alles komplett das wurde erst neu erstellt dieser diese Gilde von mir und muss die Wesenzeit Köpfen denke ich mal weil das hatte ich so weinen weil er muss die heißt ich weiß jetzt gehen er hat mir zwei Kanacken die Engel gründen die dürfte gerne reinkommen weil die sind nur zu zweit und haben den erstellt ich soll hier unten er da freut er sich schon wie schon gesagt eben gerade die sollte die schon weglaufen um dies gilt wenn er es nicht hat zeige ich euch wie man mit dem Ausgaben mit euren ja ich weiß nicht wie ich lebe ihr seid es gilt als Pritzkind gleich am Anfang der Mannschaft erstellt gibt es diese Art hatten die braucht man auch wenn man glaubt die sollte man auch schon benutzen ihr solltet immer diese Dings nutzen Rollswood Triaden Dings alles mögliche und ich habe sein Leben schon erhält die Leben nicht umgelegt und er ist ein Level höher als ich naja ich habe für diesen Akkond sehr lange gebraucht sehr lange gefahren wenn ihr um die sollte Tier auf Angriffsgeschwindigkeit Schadensreste jetzt wird ausweichen so wie auch Sprungkraft und schnell laufen schneller laufen also es können ja um das sind die Böde hier ist wenn der Feind dieses Heckschild bei etwa hat die sieht man das schon sehr stark ist das ist sehr blöd weil ja man kann man kaum angreifen Prozent ihr solltet hier die gibt es schon ganz Zeit ja also das ist jetzt nur für Elz ganze Zeit mit warten so ganze Zeit mit zu machen und die Böden und die Linke Pfeil hast du benutzen so ich bin auch gleich gegen andere also ich nenne sie jetzt mal Taktik naja erstmal Heckel wegmachen ganze Zeit Ypsilon ganze Zeit und wenn ihr lau seid würde ich jetzt das hier machen wenn ihr Rüstungsreichern sofort drauf nach dem Kombo und dann rotierender Schlag wie ihr seht ihr seht mache ich das jetzt einmal vor ganze Zeit Ypsilon Rüstung zerreißen dann wieder das hier rotierender Schlag und jetzt das hier so jetzt einfach der Schlag und er ist da so ja das war es eigentlich schon von uns von mir um muss die leicht bin ich leiter leicht alles von mir abonniert alles möglich was gibt wir schauen